So, die Aufnahme ist gestartet und dann wollen wir losfahren. Dann sehen wir, dass die kleine Kamera hier runterfällt und das geht einfach nicht gut. Jetzt haben wir das, was wir tun haben. Jetzt haben wir den Ringsteller, das wird dann gar nicht mehr funktionieren. Da passt das mit der Kamera nicht durch. Jetzt wird den Zug da irgendwie aufgegleist. Das ist gerade so ein Weichberg. 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 Jetzt kommen wir den Ringsteller. Jetzt kommen wir den Ringsteller. Dann muss ich die Faser gut von der Leine umhalten. Dann muss ich die Faser gut von der Leine umhalten. So, mal gucken wir, was ihnen jetzt noch dabei kommt. Jetzt fahre ich in die Unterkehrsleibung ein. Die Landweibung 3, die fahren uns jetzt weiter. Jetzt ist es da rein, die ist da wieder. Ich spreche die Kletterung. Herztauche die Kletterung. Die Kletterung Der Kletterung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann fährt er jetzt wieder nach unten da habe ich die weiche jetzt gestellt jetzt kommt man wieder auf das Gleis runterfahre zu können jetzt muss ich die Kamera wieder kurz hoch nehmen weil das passt da wie gesagt noch nicht durch so ein bisschen enges kurz raus jetzt geht es weiter wieder die Gänsepampe jetzt geht es noch weiter so hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020